8 Stunden Schlaf und in der Zeit hat sich die Erde über 13.000 Kilometer weiter gedreht. Von hier bis nach Australien. Glycerin. Damit die Zahnpasta schön feucht bleibt. Mit zwei Säuren vermischt kann man daraus sogar Sprengstoff machen. Ein Zugvogel. Die können 200 Stunden lang fliegen ohne landen zu müssen. Sogar im Schlaf. 21,5 Minuten Fahrzeit heute. Den vier Satelliten, die im Weltall 20.000 Kilometer über mir schweben, entgeht wirklich nichts. Über 1.000 Handyladungen voll. So viel Strom produziert ein Windrad. Mit einer einzigen Umdrehung. Für einen Moment lang schwerelos. Masse, Trägheit, Winkelgeschwindigkeit, Schwerkraft. Geht! Und schon online. Nur, jede Minute Streaming erzeugt mehr Kohlendioxid als 100 Meter Autofahrt. Bei jedem von uns. Trinkwasserqualität. Trinkwasserqualität. Hervorragend. Schon arg, dass man mit Wasser sogar Metall schneiden kann. Alles eine Frage des Drucks. Fast 30 Grad. Mit 85 Pulsschlägen pro Minute verbrennt mein Körper da auf der Fahrt fast 300 Kalorien. Ein ganzer Schokoriegel. Danke an alle Bienen. Ohne euer Wachs wäre mein Lippenstift nicht so geschmeidig und gleichzeitig auch fest. Kann man übrigens auch selber machen. Warum ich das alles weiß? Weil ich neugierig bin.